In Matrix Teil 1 beschreibt der sympathische, humorvolle und stets gut gelaunte Agent Smith das menschliche Säugetier, ganz charmant als das Virus dieses Planeten und wir gucken uns heute an, ist da was dran, hat er da vielleicht teilweise recht mit und was kannst du gegebenenfalls daraus lernen und was wird für dich wichtig, um dich in deinem Leben zur vollen Größe aufzurichten und Teil der Lösung statt Teil des Problems zu sein und nebenbei noch ein geiles, erfolgreiches und glückliches Leben zu kreieren. Let's go! Ich zitiere den Herrn Schmidt nochmal persönlich und zwar lässt er folgendes vom Stapel, ihr seid im eigentlichen Sinne keine richtigen Säugetiere. Säugetiere auf diesem Planeten entwickeln instinktiv ein natürliches Gleichgewicht mit ihrer Umgebung, ihr Menschen aber tut dies nicht. Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und vermehrt euch bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind und der einzige Weg zu überleben ist die Ausbreitung auf ein anderes Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Wissen Sie welcher? Das Virus. Der Mensch ist eine Krankheit, das geschwürt dieses Planeten, ihr seid wie die Pest und wir sind die Heilung. Ja, ouch, das ist geil. Man kann ihm jetzt nicht vorwerfen, um den heißen Brei rumzureden, aber die Frage ist ja, hat er damit recht oder nicht? Und da müssen wir uns erstmal angucken, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachten muss. Wenn man jetzt den Planeten fragen würde, dann wäre es sicherlich relativ egal, was wir hier veranstalten, denn wie George Carlin mal so schön gesagt hat, Ja, das heißt, dem Planeten wird es relativ egal sein, was wir hier veranstalten. Wenn wir es hier verkacken, der schluckt uns dann einfach und dann geht es halt mit was anderem weiter. Dann könnte man noch die Tiere befragen, da sieht es schon wieder anders aus. Die Tiere würden, glaube ich, dem Herrn Schmidt deutlich zustimmen, außer vielleicht Hunde und Katzen. Man sagt ja immer so schön, dass wenn Tiere eine Religion erfinden würden, dass der Teufel dann höchstwahrscheinlich Menschengestalt hätte und das, denke ich, kann man unterschreiben. Denn was machen wir da? Anstatt unseren höheren IQ und unsere theoretisch vorhandene Empathiefähigkeit und auch höher entwickelte Empathiefähigkeit, statt die auszunutzen, machen wir genau das Gegenteil. Wir nutzen die Tiere aus und versklaven sie und nutzen sie wofür? Ja, für 15 Minuten Geschmack, weil wir einfach zu faul sind, drei Meter ans Nachbarregal zu gehen. Weil es lustig ist, weil es halt so lecker ist. Und ansonsten hat der Kollege Schmidt natürlich durchaus recht mit seinem Ausbreiten und dann Weiterziehen ins nächste Gebiet. Trotzdem kann man es jetzt nicht ganz so schwarz-weiß sehen, wie er das rüberbringt, denn natürlich haben wir auch, wie ich es eben schon erwähnt habe, eine gesteigerte Empathiefähigkeit in uns, die aber nicht von Haus aus einfach so da ist, beziehungsweise die trainiert werden muss, damit das Ganze hier vernünftig funktioniert und damit du und ich und wir alle zusammen Teil der Lösung statt Teil des Problems sind. Deshalb ist meine Antwort auf die Frage, ob der Herr Schmidt jetzt recht hat, sind wir das Virus dieses Planeten? It depends. Es kommt drauf an. Ja und nein. Je nachdem, was wir draus machen. Denn natürlich sage ich schon, dass der Mensch im unentwickelten Zustand, ohne sich zur vollen Größe aufgerichtet zu haben, ein brandgefährliches Säugetier ist, was dem Planeten und seiner Umwelt und sich selbst nicht gut tut. Aber das menschliche Säugetier, so fehlerhaft es im ausgelieferten Werkszustand auch ist, hat natürlich trotzdem die Seats of Greatness irgendwo in sich und man kann was Fantastisches draus machen, wenn man es denn vernünftig trainiert. Und oft kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie der Mensch auftritt. Taucht er jetzt alleine auf oder in Massen? Denn wie bei Men in Black, das nächste Filmzitat, was gut passt, wie der Tom Lee Jones sagt, ja ein Mensch ist vielleicht intelligent, aber ein Haufen Menschen sind dumme, hysterische, brandgefährliche Tiere and you know it. Oder was auch noch gut dazu passt, ist aus dem Film Cloud Atlas, wie die asiatische Lady immer sagt, mit jedem Verbrechen und mit jedem Akt der Güte erschaffen wir unsere Zukunft. Das heißt, es kommt ganz drauf an, wer du bist und wie du dich entwickelst, beziehungsweise wie entwickelt du bisher schon bist, ob du bei dem Chaos auf diesem Planeten mitmachst oder nicht. Und natürlich ist das nicht gesichert, dass die Menschheit positiv voranschreiten wird und eine weitere positive Evolution durchmachen wird. Es kann auch sein, dass man in 200.000 Jahren einfach sagt, ach ja, dieser Mensch damals, dann kommen dann die neuen Dinosaurier und was auch immer danach und es kommt, wenn noch was kommt. Und die sagen dann, naja, die Menschen hatten ihre Chance, sie hatten eigentlich die Seats of Greatness in sich, aber sie haben es einfach mit ihrem Ego und ihrer mangelnden Entwicklung, mangelnden Persönlichkeitsentwicklung, wie ich das nenne, versaut. Und da du die Menschen oder die Menschheit nicht alleine ändern kannst, musst du immer da anfangen, wo jede große Veränderung in der Menschheitsgeschichte immer angefangen hat und zwar bei dir selbst oder bei sich selbst. Und das ist eben die Persönlichkeitsentwicklung, dass du lernst, den Ego-Quatsch und Kinderkram hinter dir zu lassen und dich zur vollen Größe aufzurichten und dadurch Teil der Lösung statt Teil des Problems zu werden. Und dazu muss man erstmal raffen und realisieren und das Ganze dann auch zulassen, dass man im unentwickelten Werkszustand ohne vernünftige Persönlichkeitsentwicklung im Grunde genommen nicht mehr ist, als ein brandgefährlicher Affe in Schuhen, der sich mit dem 1% mehr Intelligenz, was uns von Schimpansen und so weiter unterscheidet, den ganzen Tag einbildet, was Höheres und viel Geileres zu sein. Und darin steckt ja eine große Gefahr, wenn du denkst, du wärst was viel Höheres, weil wir haben hier schicke Uhren und Hemden und Greenscreens und Scheinwerfer und was weiß ich was. Oh, wir sind ja so wahnsinnig was Höheres. Da steckt eine große Gefahr drin, denn wenn dir gar nicht klar ist, dass du im unentwickelten oder halbentwickelten Zustand ein brandgefährliches Säugetier, ein brandgefährlicher Affe in Schuhen bist, wenn dir die Bugs und die Stolperfallen des menschlichen Gehirns, des menschlichen Säugetiers gar nicht klar sind und du die ganze Zeit denkst, du wärst wahnsinnig hochentwickelt, dann wirst du dich immer wieder wundern und dir wird dann immer wieder das Leben fast auf täglicher Basis kolossal um die Ohren fliegen und du raffst überhaupt nichts, was gerade los ist und wie das alles passieren und sein kann. Deshalb, du musst da schon fit drin sein und auch der Wächter am Tor zum Unterbewusstsein bleiben und aufpassen, was du da reinlässt an Realitäten und was nicht, ob dir das gut tut oder nicht. Und ab und zu habe ich bei diesem Punkt, wenn ich das in der Vergangenheit schon mal so angesprochen habe, in den Kommentaren schon mal sowas gelesen wie, aber was ist das denn für ein negatives Menschenbild? Du bist doch Coach, du musst doch ein positives Menschenbild haben, wo ich sage, ja, was ist ein Quatsch? Als Coach ist es nicht deine Aufgabe, ein wahnsinnig positives Menschenbild zu haben, sondern es ist deine Aufgabe, ein realistisches Menschenbild zu haben, um eben auf die Stolperfallen und Bugs im Gehirn und Unterbewusstsein aufmerksam machen zu können. Denn du kannst ja nicht so naiv rangehen, wie die meisten Leute das machen und dann fliegt dir das ganze Leben auf wöchentlicher Basis immer wieder um die Ohren. So ein bisschen wie das auch bei dieser Analogie ist mit dem Skorpion. Ja, wenn du mit einem Skorpion spielst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wenn er dann irgendwann halt auch mal zusticht. Und so ist es auch mit dem menschlichen Säugetier. Wenn du dich nicht entwickelst und dich null auf der Kette hast und du hast keinen Bock auf Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie vorwärts kommen, wie ist meine Rübe gestrickt und so weiter hast, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dir selbst immer wieder um die Ohren fliegst. Ja, wenn jetzt die hochentwickelten Aliens kommen würden, die würden ja auch nicht da sitzen und sagen, Mensch, also das menschliche Säugetier, das ist ja absolut hochentwickelt und fehlerfrei. Das heißt, du brauchst ja schon für eine vernünftige Persönlichkeitsentwicklung den kalten, harten, rationalen Blick auf dich selbst, auf die Menschheit und aufs menschliche Säugetier, wenn das funktionieren soll. Deshalb, bleibt da gerne ein bisschen auf der Hut, bleibt da gerne ein bisschen bescheiden, dass die Schicht der Zivilisation, die wir hier seit ein paar Tagen über unser 100.000 Jahre altes Säugetier gelegt haben, dass die verdammt dünn ist. Und da sind wir dann wieder beim Zitat, mit jedem Verbrechen und mit jedem Akt der Güte oder Act of Kindness, heißt es glaube ich im Original, kreieren wir unsere Zukunft. Und ja, natürlich kannst du auch nicht immer nur kind sein, irgendwann, wenn richtig Scheiße gebaut wird, musst du auch einfach mal aufstehen und Stopp sagen, aber natürlich ist das als Basis nicht verkehrt eine gewisse Güte oder Kindness an den Tag zu legen. Und dazu noch das letzte Filmzitat von heute, was gut dazu passt und zwar aus dem aktuellen Oscar-Gewinner. Everything, Everywhere, All at Once. Interessanter Film, relativ wilder Film auch, aber ich fand ihn richtig gut und richtig ergreifend und vor allem diese eine Szene hier, finde ich die beste Szene im Film, wie er so diesen völlig verzweifelten und trotzdem positiven Tonfall am Start hat. Ja, geil geschauspielert, finde ich. Wir müssen gütig oder freundlich bleiben, vor allem, wenn wir nicht wissen, was los ist, was abgeht und das trifft ja auf uns alle zu. Wer da eine schamlose Abkürzung haben will bei der Persönlichkeitsentwicklung und beim sich zur vollen Größe aufrichten, der klickt gerne mal hier oben auf den Link und kommt zum Erstgespräch. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video, was jetzt gleich im Abspann kommt. Alles Gute, bis dann, haut rein, ciao.